Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von I'm Alive. Ja, wir haben die wundervolle, schöne und super süße May auf unserem Rücken und versuchen die zu diesem Henry zu bringen. Das wird aber eine echt lange Herausforderung, weil wir müssen durch die ganze U-Bahn-Station, beziehungsweise Hälfte der U-Bahn-Station, wir sind jetzt nämlich hier raus, weil die hier aufhört, da hinten auf die Waggons müssen ja kommen, und dann geht's wahrscheinlich irgendwie weiter. Das werden wir aber jetzt noch ausfinden. Ich vermute mal, wir müssen erstmal hier unten runtergehen. Das machen wir mal. Oh oh, ja ich hab auch Angst, Kleine. Guck los, nicht runter. Öffne sie nur, wenn ich dir erzähle. Okay, ich klicke meine Augen jetzt. Scheiße, wir müssen hier irgendwie einen Weg durchkriegen. Oh fuck, das war der falsche Weg. Verflucht, 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 verflucht. Wir haben noch einen Haken. Einen beschissenen Haken haben wir noch. Wartet mal. Den nehmen wir jetzt. So, wir ruhen uns jetzt nochmal aus. Ist das nicht schön hier? Naja, wundervoll. Gut, da hinten hin müssen wir. Glaube ich jedenfalls. Ah, toll. Wir hätten auch hier runtergehen können. Och, ich krieg die Krise, ne. Aber bei sowas krieg ich immer die Krise, wenn ich... Ah, Mann, jetzt haben wir den Haken voll verschwendet, ey. Das hab ich vorher gar nicht gesehen, ey. Scheiße. Ah, fuck, ey. Na ja. Nein. Wow, fuck. Da runter. Runter, runter, runter zum Ausruhen. Oh, wir sind schon auf dem Boden. Also nicht ganz. Doch nicht so auf dem Boden. Was ist denn hier los? Da müssen wir rüberspringen. Euer Ernst? Sollen wir das echt machen? Oh, können wir gar nicht. Ist gar nicht vorgesehen an der Stelle, dass wir da rüberspringen. Okay, dann geht's hier hoch, oder? Ja. Oh, jetzt müssen wir wieder so einen wahnsinnigen fetten Sprung machen. Boah, fuck, ey. Schnell hochklettern und erstmal ausruhen, ey. So. Da hinten sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Gegenstände. Bin mal gespannt, ob wir die noch irgendwie erreichen. Weil hier geht's erstmal nach oben. Das ist ja eigentlich nicht der richtige Weg. Und jetzt, wo wir uns jetzt nicht öffnen, wo wir uns nicht öffnen, wo wir uns nicht öffnen. Das ist nicht gut. Hier kommt die Part, wenn die Fahrradfahrer beginnt zu schlafen. Der Teil erinnert mich jetzt nicht an I'm Legend, sondern an Jurassic Park. Ich glaube, das war der zweite Teil. Da sind die auch von ganz unten hochgeklettert. Mithilfe eines Seils, jedenfalls. Hier kommt die... Ich sagte dir nicht, sie zu öffnen. Scheiße. Spring. Oh, fuck. Kletter hoch. Puh. Das Mädchen, ey, das lockt noch die ganzen Banditen zu uns. Und wir sind da leider vorbeigelaufen, wo die ganzen tollen Items waren. Scheiße. Okay, ihr könnt eure Augen jetzt öffnen. Wir sind auf solidem Grund. Aber sind wir nach dem Schmerz? Da ist jemand. Da hinten ist jemand. Ja, wir sind. Jetzt haut er ab. Der ist abgehauen, habt ihr gesehen? Da hinten ist doch was. Das habt ihr bestimmt gesehen. Nein. Also ich hab mir das jetzt nicht eingebildet. Kriegen wir die Tür irgendwie auf? Wie kriegen wir die Tür auf? Batterie. Wir haben keine Batterie. Haben keine Batterie. Nein, haben wir nicht. Scheiße. Boah, ist das dunkel hier? Da ist doch... Ist das eine Batterie? Nein. Schmerzmittel. Hm. Was kommt hier für Musik? Äh, hallo? Das ist Spannung. Ja, keine Batterie habe ich nicht. Kann ich nicht. Im Moment jedenfalls. Kann man nix machen. Wir haben drei Patronen. Das ist schon mal sehr gut. Aber auch nicht optimal. Aber bedenkt, dass wir, ja, da zwei Patronen verbraucht haben bei den, äh, Kannibalen. Und hier war doch gerade jemand, ey. Mal ohne Spaß. Boah, hier sind aber viele Leichen. Boah, fuck. Die Wichser haben mich reingelegt. Du Bastard, alter. Der hat mich wieder reingelegt, ey. Oh, fuck, ey. Der soll auf seine verfickten Knie gehen, du Wichser, ey. Geh auf deine Knie. Boah, komm, mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Voll. Oh, der hat Schmerzmittel fallen lassen. Warte, die haben mich ja mega reingelegt. Habt ihr das gesehen? Jetzt, Kinder, alle weggucken, bitte. Okay, wir nehmen mal schnell ein bisschen Schmerzmittel. Das ist die hier. Alle Schmerzmittel verballert. Okay, ist in Ordnung, denke ich mal. Scheiße. Der hat mich wieder getroffen. Das war... Oh, da liegt er. Ah, das war eigentlich wieder... Ich war einfach wieder zu blöd, wirklich. Ich denke immer, okay, vielleicht kann man das noch lösen. Aber wenn die eine Pistole haben, die schießen sofort. Die überlegen nicht. Ja, vielleicht können wir noch verhandeln. Nö. Direkt drauf. Direkt drauf, ohne zu überlegen. Da ist nichts. Okay, wir müssen jetzt hier runterklettern. Ähm... Hier an der Seite, oder was? Nö, warte mal. Hä? 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 Wo können wir denn hier runter? Hier? Hier? Scheiße, wieso springt er nicht? Vielleicht hier? Hä? Nein, du sollst nicht die... Oh, fuck. Was macht der denn da? Ach, da hätten wir runtergekonnt. Aber das hat gerade irgendwie nicht funktioniert. Boah, hier sind so viele Wichser, ne? Das ist scheiße. Richtig beschissen ist das. Oh, fuck. Was so viele? Fünf Leute. Das wären immer mehr, ey. Fuck, wir haben drei Patronen, ne? Verpiss dich, Alter. Verpiss dich zurück, Junge. Haben wir irgendwas, was wir nehmen können? Inhalator. Wasserflasche. Was mit diesen... Trinklösung. Ach, das macht wieder hier... Sodagetränk. Fleisch. Können wir das essen? Ah, okay. Verpisst euch, Alter. Verpisst euch, Alter. Verpisst euch. Fuckt euch ab, Alter. Verpisst euch einfach, ey. Verpisst euch. Ich will keinen Stress, Leute. Lasst mich einfach in Ruhe. Verpisst dich doch mal, ey. Boik. Missgeburten, Alter. Guckt euch das an, Alter. Das ist doch behindert, wirklich. Man kann nichts machen. Man muss... Man muss schießen. Man muss... Das finde ich so scheiße an dem Spiel, ey. Das ist richtig behindert. Ach, der Wichser hat eine Pistole. Ich hab grad geguckt, wer hat eine Pistole. Scheiße. Ah, fuck. Ja, komm, lad doch mal jetzt. Drei Wiederholungen, ne? Pah. So, scheiße. Verpisst euch, ihr Missgeburten, ey. Verpisst euch, aber mega flott. Du bist der Boss. Hey, Leute. Verpisst dich, Junge. Hey, hey, hey. Du auch, Junge. Versuchen die irgendwie da hinten hinzubelocken. Wir haben eine Pistole. Wir haben eine Pistole. Ah, der will nicht mal loslassen, Leute. Hä? Hm, komisch. Egal. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Oh, ich wollte doch weglaufen. Ey, Mann, wieso hat das nicht funktioniert, ey? So eine Wichse, Leute. Ohne Spaß, ey. Das ist doch scheiße, ey. Fuck. Ist da hinten irgendwas? Das scheint gar nichts zu sein. Das heißt... Die laufen gleich geradeaus. Oh, fuck you. Missgeburten, ey. So kleine Bastards, ey. Ah, shit. Jetzt habe ich das auch nicht so optimal gelöst. Trinklösung. Wir sind voll verletzt, ey. Shit, verpisst euch doch mal, ihr Bastard, ey. Drei Leute ist schon schwierig, ey. Wir können die leider auch nicht so schnell. Boah, drei Leute zu kontrollieren ist schon schwer, ey. Verpisst dich, Alter. Oh, fuck, ey. Oh, fuck, ey. Wieso? Das ist so behindert, Leute. Ohne Spaß. Richtig scheiße. Und mit diesen... Besonders mit diesen Zielen auf irgendeinen Typen da. Oh, fuck. Was, wenn ich da vorne laufe? Was passiert da? Ich hab hier was gesehen. Okay. Jetzt haben wir es eingesammelt. Wir wollen doch nichts. Oh, fuck, fuck, fuck. Lauf dahin. Shit. Mann. Eine Wiederholung noch. Geil, ey. Genial. Dahin können wir schon mal nicht laufen. War eine behinderte Aktion, ey. Wir müssen gucken, dass wir direkt dem zweiten von rechts. Verpisst dich, Alter. Verpisst euch auch alle. Verpisst euch einfach alle, ey. Verpisst euch alle, ey. Lasst mich in Ruhe, ey. Lauf. Jetzt müssen wir davonlaufen, ey. Oh, ich hoffe, der ist schnell genug. Oh, oh. Das wird knapp. Weg hier, ey. Weg hier, aber flott. Verpisst dich doch mal, Junge. Das war anscheinend der... Ach, das war der Leader, ey. Was hast du das gewusst, ey? Diese Missgeburten. Ja, eigentlich wollte ich Wichser sagen, aber... Da hat es mir eingefallen. Missgeburten klingt doch viel besser für diese Kreaturen hier. Scheiße, die haben uns viel... Oh. Was brauchst du? Ach, wir haben dich. Ach, ich... Ach, fuck. Können dir leider auch nicht helfen. Ich kann dir leider auch nicht helfen. Aber ich bin sicher, dass du es kannst. Wie kommen wir denn da runter? Kann man einfach runterklettern? Oh, okay. Was ist das? So da irgendwas? Und hier geht's... hoch, oder was? Oder wo kommen wir hoch? Ran einfach an der Seite. Hätt ich das gewusst, ne? Vielleicht wäre ich da gar nicht runtergegangen. Weil ich jetzt gesucht hätte, irgendwie... Oh, wie kommen wir da runter? Shit, wir können dir leider nicht helfen. Tut mir leid. Ah, was willst du doch hier? Du verreckst dich doch eh hinter dem Gitter. Mann. Wir müssen uns aber echt... Hey. Tell me about Henry. Henry's a nice man. He was friends with my mommy before Stark got so broken. She helped him when he got hurt. She helped him. How? Mommy worked at the hospital. She helped all sorts of people when they got hurt. But she always helped me first. Ja, was ich sagen wollte, wir müssen uns merken, dass wir eigentlich immer... Nicht nur die Anführer, das heißt die mit den Pistolen, sondern auch die, die dann übrig bleiben. Die haben auch eine gewisse Anführerfunktion, weil gerade wo ich den schwarzen, sag ich jetzt mal, getötet habe, den dunkelhäutigen, dann sind die anderen direkt zusammengeknickt und ich konnte die K.O. schlagen. Okay, hier sind ein paar Autos. Henry lebt in diesem Gebäude. Dann müssen wir jetzt hier hoch. There's no one here. May, can you hold this for a second? Yeah, we're here, as promised. You're an honorable man. So am I. Your stuff is on the table behind you. Is May gonna be okay here? Where's her mother? I don't know. I wish I did. Anyway, thanks for your help. You're free to go. All right, May. Looks like I have to go. Can you give me my toy back? Look, you sure she's gonna be okay? She just lost her mother. Well, actually, there is something else you can do. We need you to get something for us. Get something? A radio transmitter. Oh, come on. I don't know. Anyway, thanks for your help. A radio transmitter. Why can't you get it yourself? Isn't that pretty? Henry! Henry! Because... I can't. Hey, ich wollte noch... Oh. What? A hunter's bow. With a try. Geil, wir haben einen Bogen gefunden. Fett! Sie haben einen Bogen mit einem Pfeil erhalten. Pfeile sind sehr selten. Einmal abgeschossenen Pfeil können wieder eingesammelt werden. Okay. Wayne. Dann können wir ja ruhig schießen, wenn wir den wieder einsammeln können. Was jedenfalls die Gegner angeht. So. Üben Sie das Bogenschießen, bevor Sie sich mit Feinden anlegen. Mit Rad rechts. Waffe wechseln? Hm? Hm? Rad rechts. Was ist Rad rechts? Rad rechts? Kann ich grad nicht machen. Ah, okay. Jetzt geht's. Wenn wir die Waffe gezogen haben. So. Ähm. Zack. Pfeil wieder einsammeln. Und nochmal einen Schuss. Zack. Ja cool, ey. Sind wir nicht mehr so extrem auf die Pistole angewiesen, ne? Die haben es ja auch hier ganz schön, ne? Wenn die Essen und Futter haben. Und was zu trinken. Und ja, können wir ja auch trainieren. Läuft bei denen. Was hat der Henning hin zu sagen? Okay. Wir wissen, dass es gerade hier ein Radio-Transmitter gibt. Wir sind gerade hier, auf der Karte. Linda triangulierte ein Signal, das von dort ein paar Tage herkommt. Wir sind nicht sicher, was da genau ist. Es ist zu viel Blut, um all den Weg zu der Straße zu sehen. Aber irgendwo da ist, was wir brauchen. Okay, das ist das nächste Missionsziel. Der Sender. Und ich habe gerade gedacht, wo ich hier diesen Henry sehe. Wer von euch hat auch gedacht, dass Henry ein Dunkelhäutiger ist? Ich weiß nicht warum. Von der Stimme her hat sich das so angehört. Keine Ahnung. Und jetzt ist das halt ein weißer. Okay. Ist mir eigentlich egal, aber... Hat mich halt echt ein bisschen gewundert. Wo ich den da jetzt dann gesehen habe. Gut. Können wir uns einen Kaffee kochen, bevor wir abhauen? Wahrscheinlich nicht so. Kaffee ist alle dieses Jahr. Hm. Wo geht's denn hier raus? Nein. Machen wir nicht kleiner. Was hast du denn, das Feines? Na? Zeig doch mal. Wollen sie nicht. Da ist noch was. Eine Moodtrinklösung haben wir aufgehoben. Das war's hier. Hier gibt's nichts mehr. Was uns hier halten könnte. Ja. Nächstes Ziel. Funksender. Was auch immer wir davon haben. Nur weil wir so nett und freundlich sind. Ja. Hier müssen wir glaube ich raus, oder? Ja. Der Fahrstuhl funktioniert komischerweise noch. Wow. Das fängt ja direkt krass an. Also, bevor wir hier weiter rumhusten. In der nächsten Folge geht's weiter. Also, wenn ihr morgen wieder einschaltet, dann seht ihr den Rest von dem Spiel und von dem Funksender, den wir dann finden. Hoffentlich. Und wie unser erster Bogenschuss sein wird und wen wir damit treffen. Da freue ich mich schon besonders drauf. Also, morgen wieder einschalten. Negativ Blankester 017 017 017 017 017 40 017 017 018 017 019 St péte. Oder.